Musik Führung zu den Lightning Talks. Hallo, das ist die zweite Lightning Talk Session. Ich werde kurz erklären, wie das funktioniert für das Publikum und die Sprecher. Die Sprecher, bitte sitzt in den ersten Reihen, damit ihr schnell zur Bühne kommt, um euren Talk zu geben. Ihr könnt das tun, indem ihr in das Mikrofon sprecht, damit die Leute euch hören. Dreht euch bitte nicht um, um die Slides zu sehen. Wenn ihr das macht, könnt ihr mich nämlich nicht hören, sogar wenn ich rede. Ihr könnt eure Slides da unten an diesem Bildschirm sehen. Es könnte sein, dass ihr zu klein seid, dann müsst ihr ein bisschen zur Seite gehen. Wenn ihr den Klicker drückt, kommt ihr in den Slides weiter. Bleibt ruhig, redet klar und deutlich, dann kann jeder eure Message hören. Seid rechtzeitig fertig. Wir haben viele Talks, wir wollen nicht überziehen. Holt euch dann euren Applaus ab und dann verlasst die Bühne. Ja, vielen Dank. Wir sind aber noch nicht fertig. Ich muss noch was weiteres erklären, nämlich für das Publikum, wie man Lightning Talks anhört. Es ist ganz einfach. Seid excellent zueinander. Denkt an die Sachen, die ich gerade angekündigt habe. Schaut auf den Timekeeper. Das ist dieses Ding hier vorne. Oder da oben auf dem Bildschirm. Damit messen wir die fünf Minuten, die der Sprecher hat. Alex, würdest du jetzt übernehmen? Ja, natürlich. Guten Morgen, alle. Der letzte Talk gestern, da hatten wir einen etwas sprecherfreundlichen Ansatz, um Talks zu canceln. Normalerweise wollen wir sie herausklatschen mit Applaus, um den Talk zu beenden. Das ist viel besser für den Sprecher und für euch auch. Für die Sprecher. Wenn der Timekeeper in diesem grünen Bereich ist, dann seid ihr in den ersten vier Minuten, dann habt ihr noch viel Zeit. Wenn er so ist, dann habt ihr nur noch ungefähr eine Minute übrig, wenn er gelb wird. Wenn die letzten 30 Sekunden kommen, dann wird er rot. Wenn das Rot so nach oben kommt, wie jetzt hier, dann habt ihr nicht mehr viel Zeit. Wir probieren einen neuen Ansatz, dann zählen wir runter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und dann klatschen wir heraus. Ich denke, das könnte funktionieren. Ja, ich denke so auch. Weil wir erkennen, dass die meisten Sprecher schon auf ihrer Kontextslide sind. Und wenn wir sie ausbauen, ist das nicht sehr schön. Ja, die meisten Leute sind zu dem Zeitpunkt sowieso schon auf ihrer Kontextslide. Da ist es nicht nett, die Leute mit einem Dört rauszuhören. So, jetzt ein Hinweis auf die Übersetzung. Yay, Applaus für uns. Wir werden die deutschen Talks in Englisch übersetzen und die englischen Talks ins Deutsch übersetzen. Und alles wird von den Kollegen ins Französisch übersetzt. Das könnt ihr euch anhören unter c3lingo.org, was ihr wahrscheinlich schon tut, wenn ihr hier seid. Wir können dann jetzt losgehen und mit dem ersten Sprecher. Which is Saturday. So, guten Morgen, danke, dass ihr so früh hier seid. Ich bin hier, um euch von einem kleinen Projekt, an dem ich arbeite, zu erzählen. Saturday. Und das ist eine Eintageskonferenz, die ich in Berlin organisiere im nächsten Jahr. Und ich werde ein bisschen darüber erzählen, worum es dabei geht. Es geht um die Programmiersprache R. Und wie es passiert, dass ich eine Konferenz organisiere und warum das für euch vielleicht interessant ist. Also, lassen wir lossehen. R ist eine Programmiersprache für Data Sciences und statistisches Programmieren. Es ist ein tolles Werkzeug für die Visualisierung von Daten. Es ist freie Software und Open Source, unterstützt von der Oil Foundation. Es wird überall benutzt. Es feierte gerade seinen 25. Geburtstag. Es wird sowohl in der Forschung als auch in der Industrie genutzt. Google, Airbnb. Man kann es fast überall finden. Ich bin Noah. Ich bin aus Berlin. Wie kam es dazu, dass ich meine ganze Freizeit und die Freizeit von ein paar meiner besten Freunden und Kollegen, von ein paar Leuten, die ich gerade getroffen habe durch Twitter. Es fing an mit R-Ladies. Ich habe in den letzten zwei Jahren in Berlin ein R-Ladies-Meetup organisiert. Das ist ein Versuch der R-Community, die Arbeit von Frauen mit R und an R und die Aktivitäten in dem Bereich zu fördern. Und wir machen das, indem wir Meetups und Mentorenprogramme anbieten. Ich glaube, es ist mein Nebenprojekt und mit meine beste Arbeit der letzten zwei Jahre. Es sieht ungefähr so aus. Es macht wirklich Spaß. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann solltet ihr da ruhig mitmachen. Nur die organisatorischen Rollen sind für Frauen reserviert. Das ist offen für alle. Und ungefähr dann, ein bisschen später, habe ich auch angefangen, bei Forwards mitzumachen, was eine Taskforce der R-Foundation zum Thema Inklusion ist. Nicht nur für Frauen. Es ist für Leute mit Behinderung, für verschiedene Minderheiten. Und wir machen da alle mögliche Arbeit. Dieses Jahr war ich das erste Mal außerhalb meiner lokalen Bubble und habe R-Nutzer, ich kannte R-Nutzer von anderen Orten, unter anderem Data Science-Konferenzen. Also bin ich zum europäischen R-User-Meetup in Budapest gefahren. Und zwei Jahre davor, in 2016, haben die den ersten Samstag-Event in Budapest organisiert. Und ich war wirklich inspiriert davon, davon die Leute zu treffen und so weiter. Und verschiedene Sub-Communities in der R-Ladies und in der R-Community. Und wenn man das in Budapest machen kann, warum dann nicht in Berlin? Ich bin mir sicher, Leute haben in Berlin ähnliche Interessen. Also haben wir uns gedacht, warum machen wir nicht eine ähnliche Konferenz? Wir machen Saturday, könnt euch auf GitHub eintragen. Und so ist es passiert. Warum mache ich die Idee so? Es hat was damit zu tun mit R-Ladies und R-Forwards. Es ist eine Philosophie-Sache. Es ist nicht nur ein weiteres Event. Aber jeder, der wollte, sollte kommen können. Wie machen wir das? Wir machen es komplett freiwillig. Wir sind ein Non-Profit. Und wenn wir Geld überhaben, dann werden wir das in die Community reinvestieren. Es ist günstig. Wir haben für das Ticket die Obergrenze gesetzt von einem Tag Mindestlohn. Und wir versuchen so weit wie möglich, Frauen und Minderheiten, LGBTQ und Behinderte zu integrieren. Wie machen wir das? Wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Toll. Es gibt da viele Ressourcen, wie man sicher gehen kann, dass das eigene Event, die eigene Community geeignet ist für möglich viele Leute. Da kann man Disk benutzen von Fokus Group. Man kann Ressourcen von anderen Konferenzen nutzen. Ich denke, das war's. Das ist unser Organisationsteam. Wenn ihr mehr wissen wollt und wenn ihr uns helfen wollt. Dankeschön. Der nächste Talk ist Psi-Sector. Public Sector Information Directive. Information, also die Direktive über öffentliche Information, aka Open Data. Ich werde über die öffentlichen Sektorinformationen sprechen. Das ist ein Gesetz für Open Data in ganz Europa, die in den nächsten Wochen in Brüssel verabschiedet werden wird. Was hat es mit dem Kongress zu tun? Idealerweise entspricht es der Hackerethik, öffentliche Daten zu nutzen und private Daten zu schützen. Ich arbeite für die Open Knowledge Foundation. Wir machen ganz viele Open Data Sachen, wie Frag den Staat und Jugendtakt. Was ist Open Data, falls das einer nicht weiß? Das sind Daten, die ihr frei benutzen und weiterverteilen könnt. Ihr könnt sogar ein Business draus machen. Was ihr hier sehen könnt, das ist die Liste unserer Sachen, die wir fordern. Dass öffentliche Daten in öffentlicher Hand sein sollten und öffentliches Geld dafür verwendet werden sollte. Das ist der aktuelle Stand im September für den ITER-Ausschuss. In dieser Legislaturperiode wird es ein neues Open Data geben. Das ist im Koalitionsvertrag. Hier ist eine Illustration, warum das wichtig ist. Anhand von Daten vom öffentlichen Nahverkehr, warum ist das wichtig. Wir wollen mehr Mobilität haben und weniger CO2. Das ist der aktuelle Zustand. Da, wo es grün ist, haben wir Open Data. Hier in Leipzig ist das noch. Alles andere ist nicht kompatibel zu 2018. Wenn man keine Daten hat, dann bekommt man so seltsame Sachen wie hier. Das ist in ganz Europa so. Wenn es so weitergeht, dann werden wir frühe Leute auf dem Mars haben als öffentliche Nahverkehrsinformationen in Europa. Aber es gibt Hoffnungen, wenn wir offene Standards, offene Software, offene Daten benutzen. Dann gibt es ein großartiges Beispiel aus Helsinki. Helsinki, das war offen und dann wurde es übernommen, weil es modifizierbar ist. Dann hat Miran das übernommen, obwohl es eine ganz kleine Stadt in Italien ist. Und da gibt es jetzt eine Live-Karte, wo die Busse sind. Und das hat ein einziger Entwickler gemacht, weil Helsinki das zur Verfügung gestellt hat. Was das bedeutet, ist, man kann von Hand weggehen, von alles von Hand zu machen, zu industrieller Datennutzung. Und dann kann man das in ganz Europa ausrollen. Und dafür soll es diese Direktive geben. Da gibt es nicht nur diesen Fall. Das ist auch für andere Sachen benützlich. Zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So, dass man den Content sehen kann und es nachher benutzen kann. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben, worüber wir grundlegend nachdenken sollten, wie cool es wäre, wenn ihr öffentliche Daten einfach benutzen könntet, wenn sie als Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden würden. Guckt einfach an, wer das macht und dann kontaktiert uns, wenn ihr interessiert seid. Und damit bin ich dann schon fertig. Wir haben sogar noch Zeit für ein Q&A. Ein paar schnelle Fragen? Keine Fragen. Wir sind immer glücklich, wenn wir ein bisschen schneller sind. Vielen Dank. Als nächstes kommt Passwort-Stärke-Messungen. Hallo, guten Morgen. Wir sind hier, um über Passwörter zu sprechen. Es ist 2008 und wir wissen, Passwörter sind hier und werden bleiben. Und wir können natürlich sagen, Passwörter können ganz gut sein und es ist ein wissensbasiertes... So, wie messen wir die Stärke von Passwörtern? Das ist ein großes Thema. Das sind Passwort-Stärken-Messer. Da gibt es einige in der freien Wildbahn. Es gibt Fortschritt in der Hacking-Computer und in der Academia. Aber es ist immer noch unklar, welcher Stärken-Messer eigentlich gut ist. Ich habe zwei Beispiele hier. Links den von GitHub. Der misst anhand einer Policy. Und wenn man beginnt zu tippen, dann wird diese Policy validiert. Und wenn man sie erfüllt, dann wird sie grün. Rechts ist das von GMX. Da habe ich versucht, einen Account bei GMX zu machen. Und dann habe ich eines der einfachsten Passwörter getippt, die man machen kann. Und der Passwort-Stärken-Messer hat gemeint, das ist eigentlich ziemlich gut. Und das ist eigentlich nicht ganz zeitgemäß für 2018. Wir versuchen, das zu verbessern und stellen dafür einen neuen Passwort-Stärken-Messer vor. Das ist ein Fuzzy-Logic-Messer, der mehrere Indikatoren kombiniert. Wir können Policy-Zeugs drin haben, Listen von geliebten Passwörtern und andere Kombinationen. Es soll sehr leichtgewichtig sein, damit es in jeden Browser und jede Website integriert werden kann. Aber es ist nur ein Ansatz. Und wir müssen sicher gehen, dass es wirklich gut ist. Und das ist, warum mein Kollege, dessen er mich nicht verstanden hat, um eure Hilfe fragt. Es gibt viele Dinge, die man in einem Passwort-Stärken-Messer benutzen kann. Aber wenn wir die evaluieren wollen, dann haben wir ein Problem. In der Wissenschaft, dann muss man in der Wissenschaft eine Hypothese machen und ein Experiment machen, um das auszuprobieren. Und deswegen machen wir den Passwort-Hacking-Contest. Deswegen fragen wir nach der Stärke und versuchen, indem wir Passwörter brechen. Und das wollen wir crowdsourcen. Und damit mit eurer Hilfe stärkere Passwort-Stärken-Messer bauen. Und deswegen wollen wir eine Liste von menschengenerierten Passwörtern bekommen. Das wird eine Mischung von stärkeren und schwächeren Passwörtern haben. Wir herrschen sie mit Sharp 512 und einem gemeinsamen Salt, damit es nicht so viel Overhead hat und wir keine teure Maschinen brauchen. Und was wir von euch wollen, wir wollen, dass ihr in Teams arbeitet oder alleine mit euren Lieblingstools. Macht, was ihr wollt und versucht einfach, diese Passwörter zu brechen. Was wir wollen, ist am Ende der Plain-Text, um zu sehen, ob ihr die Passwörter gebraucht habt. Und dann mit ihr uns sagt, wie ihr das gemacht habt. Und uns sagt, welche Passwörter schwerer zu brechen waren. Wir haben ganz tolle Preise, Amazon-Gutscheine, T-Shirts, Polo-Shirts und ein ThinkPad W500. Das ist ein altes IBM-Design. Ihr könnt es auch als Zinderblock benutzen. Und wir haben ganz viel Zeug, das wir nicht mehr brauchen. Das könnt ihr haben. Wir schicken es kostenlos nach ganz Deutschland. Und ihr könnt einfach bei uns in Darmstadt vorbeikommen. Das wäre uns am liebsten. Was ihr jetzt tun könnt, ihr könnt zu dieser Adresse gehen. Da gibt es eine Anleitung und einen ersten Batch von Passwörtern. Und dann beginnt es zu hacken. Vielen, vielen Dank. Als nächstes Netlink & Go. Als nächstes Netlink & Go. Hallo, alle zusammen. Guten Morgen. Heute möchte ich mit euch mal über Netlink & Go reden. Mein Name ist Florian. Und ich bin sehr interessiert in Netzwerkzeug. Wenn ihr euch die Webserver der Welt anguckt, dann ist das die Sorte Code, die man heutzutage sieht. Es ist jetzt ein Go-Beispiel-Webserver, der eine einfache Website ausgibt. Und es gibt immer eine große Frage, wenn es um die Verlässlichkeit geht. Wie viele Sessions haben wir? Wie lange dauern die Sessions? Wie viel Traffic wird generiert für diesen Webservice? Es gibt da ein paar Lösungen für. Man kann den Code in über alle Maßen aufblasen und völlig unverständlich machen. Aber wenn ihr sicherstellen wollt, dass die nächste Person, die ihr anhört, die Logik eures Webservers verstehen kann, dann lasst das Ganze einfach und versucht, den Monitoring-Kram auszulagern. Es gibt eine Lösung. Wir haben den Webserver im User-Space und den Kernel im Kernel-Space. Und der Webserver macht Session-Tracking. Und warum benutzt du diese API nicht für Monitoring? Es gibt die sogenannte Netlink-Familie. Das ist ein Socket-basiertes Interface für User-Space-Prozesse, um mit dem Kernel zu kommunizieren. Und man kann da verschiedene Informationen über verschiedenes Zeug rauskriegen. Im Moment gibt es insgesamt 21 verschiedene Untergruppen, die man benutzen kann, die auf Netlink basieren. Zum Beispiel gibt es Netlink-Route, Netlink-Crypto, wo man Crypto-Settings ändern kann im Kernel. Dann gibt es Netlink-XFRM für IPsec-Zeug, SE-Linux und sowas. Ich bin am meisten im Networking interessiert, also konzentriere ich mich auf Netlink-Netfilter. Und der ist wieder geteilt in drei Teile, NF-Log, NF-Q und Contract. Wenn ihr mit IP-Tales arbeitet, habt ihr vielleicht schon von gehört. Und in Go kann man im Prinzip ein binary-basiertes Protokoll benutzen, um direkt mit dem Kernel zu kommunizieren, da Informationen rauszukriegen, Anzahl der Sessions, wie lange sie dauern. Und diese Informationen, die schon existiert, zu nutzen und nicht den eigenen Code aufzublasen, um sie nochmal zu generieren. Es ist ein komplett anderer Space als der Web-Server und kann darin relativ einfach gemacht werden. Der Byte-Stream, der über Socket aus dem Körner kommt, ist im Prinzip nur ein Byte-Stream. Anders als die meisten ist die Kombination aber Length-Type-Value und nicht Type-Length-Value. Das ist ein bisschen anders als die meisten Protokolle, die ihr vielleicht kennt. Aber im Prinzip ist es auch dasselbe. Ihr müsst euch die Length-Ambung angucken, Typ überprüfen und der Wert kann dann alles sein. Alles von Byte-Sequenzen über Strings, Zahlen, Integers, Timestamps, was auch immer der Körner so ausspucken kann. Und für die Conversation hat Golang viele Features. Zum Beispiel, um die Web-Allocation zu beurteilen, ist das hier ein einfaches Beispiel mit IP-Tables. Man schickt alles durch NF-Log Gruppe 100. In diesem Fall öffnet man das Ganze mit einem Timeout von 30 Sekunden, einfach nur damit es von selber aufhört. und nicht unendlich läuft. Und dann werden die ganzen NF-Log-Nachrichten rausgekippt. Da hast du einen guten Überblick, was auf deinem Web-Server passiert. Und an dem Server selbst, an der Anwendung, muss nichts geändert werden. Das funktioniert auch für unterschiedliche Modelle. Zum Beispiel, wenn du einen Java-Web-Server benutzt, wenn du sowas machst, oder PHP. Also, danke für die Aufmerksamkeit. Die meiste Information sind die Man-Pages, speziell in Number 7 Netlink, dann im GitHub-Repo oder bei der Linux-Curnal-Source. Wenn es noch Fragen gibt, ich bin hier in der Nähe, ping mich einfach, ich bin Florian, und ich beantworte gerne Fragen. Danke. Als nächstes kommt die Food-Hacking-Base. Als nächstes kommt die Food-Hacking-Base. Hallo, ich bin František Algolda-Apferbeck und ich werde das Food-Hacking-Base vorstellen. In diesem Jahr sind wir zum siebten Mal dabei beim Kongress. Wir haben bei 27 C3 angefangen und es war sehr interessant, hier mitzumachen und über die verschiedenen Jahre die Lebensmittel und Getränke zu organisieren. Es war beim 34 C3 alles schon ganz gut, es war viel wärmer und bequemer. Wie viele waren beim letzten Mal dabei? Wir haben jetzt einen kleinen Überblick des Jahres, was wir jetzt so gemacht haben dieses Jahr. Wir waren im Frühling beim New Line Ghent, es ist auch das erste nächstes Jahr. Das ist ein Projekt, wo wir eingeladen wurden und da wollten wir so ein bisschen unseren Service promoten. Wir basieren auf Spenden. Wenn ihr uns supportet, dann ist das gut, wenn nicht, dann ist das auch so. Wir schaffen das auch so. Wir waren in Belgien, wenn ihr mir folgt. Wir tun Crowdsourcing für große Kampagnen. Wir haben herausgefunden, das ist schwierig zu machen, um das alles zu decken. Wir haben Erfahrung. Noch eine andere. Ich weiß nicht, wie viele von euch beim EMF waren. Das war sehr nett. Wir haben ein küchenfreies Environment gemacht. Es war schwierig, unseren Kram von Europa nach Großbritannien zu bekommen, aber wir haben es irgendwie geschafft, das war okay. Dieses Jahr sind wir auf dem 35C3. Ihr könnt uns in Halle 2 finden, ganz hinten in der Ecke, wo es zu klar geht. Heute machen wir ein Evening-Tasting, das ist schon total voll. Wir sind sehr überrascht, das ist sehr schön von den ganzen Leuten, die kommen. Ich muss sagen, es ist einer der ersten Abende, wo wir als Chor-Gruppe nicht so viel machen müssen. Die Leute kommen einfach, die Leute benutzen, was da ist und wir müssen nur darauf halten, dass alles irgendwie funktioniert und nicht Sachen einfach verschwinden. Das ist ganz nett. Wir werden den Kongress dann fertig machen. Wir hoffen, dass wir auf dem Camp in Zillenik sind. Wir hoffen, dass wir auf dem Camp sind. Wir werden mit der Orgra reden und wir werden Testing-Events, Workshop-Events machen, wir werden Kombucha machen, Beef Jerky, wir werden Inkubatoren aufsetzen. Wir würden ganz gerne ein Fermentationsprojekt machen, ein mobiles Fermentationsprojekt. Das haben wir noch nicht gemacht vorher. Stellt euch das vor als ein Food-Track, das zu verschiedenen Events gehen kann, sodass wir da Workshops machen können, die auf einem höheren Schutzlevel sind. Das ist ein Projekt, das ich ganz gerne anführen würde und womit ich die Food-Tagging-Base unterstützen will. Weiterhin glaube ich, dass wir offen sind für Einladung. Wenn ihr mit uns sprecht, dann schickt uns einfach eine E-Mail an Food-Tagging-Base. Dann bekommt ihr eine Antwort, irgendwann, früher oder später. Es interessiert uns sehr, zu verschiedenen Sachen zu kommen. Wir waren im Balkan, wir waren überall. Es macht uns Spaß, zu Sachen zu gehen und das zu promoten. Und wir hoffen, dass mehr Leute bei uns mitmachen und uns unterstützen und auch in ihren lokalen Hackerspaces solche Sachen machen. Durch das Jahr habe ich das Gefühl, darauf zu achten, was man isst, dass man Sport macht, das hilft. Das ist wichtig. Wir sitzen die meiste Zeit hinter einem Schreibtisch. Versucht einfach, gesund zu bleiben. Es macht euer Leben viel einfacher. Ich möchte euch allen danken, dass ihr mir zugehört habt, das, was ich euch erzähle. Kommt einfach bei der Food-Tagging-Base vorbei. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Als nächstes ist Get-A-Wiz. Als nächstes Get-A-Wiz. Habe ich das richtig ausgesprochen? Get-A-Wiz, Get-A-Wiz? Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Hallo, ich bin hier, um Get-A-Wiz zu präsentieren. Das ist ein Forschungs- und Open-Source-Projekt, um Software-Engineering-Probleme in drei einfachen Schritten zu lösen. Und diese drei Schritte stelle ich euch vor. Schritt eins, wir sammeln sehr viele Daten über dein Software-Projekt. Das kann alles Mögliche sein. Wir nutzen dafür JQ-Assistent. Hat eine grafische Aufbereitung mit sehr vielen Plug-Ins, wo man verschiedene Datenquellen unterstützen kann. Im Moment sind das fünf verschiedene Sprachen, zwei Versionen-Kontrollsysteme und viele andere Datenservices, Datenservices wie GitHub-Issues, Maven-Bild-Reports, JU-Test-Reports und so weiter. Im Herzen des Ganzen haben wir eine gigantische Datenbank mit sehr viel Informationen über das Software-Projekt. Und das ist die Datenquelle, um die Lösung zu deinem Problem zu finden. Um dabei zu helfen, visualisieren wir die Daten. Ein Großteil der Visualisierung, viele haben wir verfügbar. Es gibt klassische Dashboards, Tree-Maps, Bar-Charts und so weiter. Und rechts welche, die mehr fancy sind. Hier kann man zum Beispiel eine Analyse auf Anti-Patterns sehen. Hier ist Entler. Da sind viele zyklische Abhängigkeiten zum Beispiel. Diese Visualisierungen sollen dabei helfen, das Problem zu verstehen. Das ist der letzte Schritt. Denn wenn man das Problem gefunden hat, dann ist es fast dasselbe, als wenn man die Lösung hat. Wenn man das einfach verstanden hat, ist der Rest ganz einfach. Dafür machen wir ein komplexes User-Interface, um die Daten anzusehen und zu verstehen und ein bestes Verständnis des Projektes zu erhalten. Hier würde ich normalerweise eine Live-Demo machen, aber das ist hier nicht möglich. Müsst ihr leider selber machen. Geht einfach auf bit.ly slash getterbiz und da findet ihr ein paar Showcases und Online-Demos, die ihr im Browser benutzen könnt. Und das sind die drei Schritte. Versucht es einfach mal, wenn ihr mit Software arbeitet, auf irgendeine Art und Weise. Und dann gibt es noch den vierten Schritt. Mitmachen. Im Moment sind wir ein kleines Projekt mit akademischem Hintergrund, aber wir hoffen, da eine Open-Source-Community daraus zu schmieden, sodass wir in und für jede Programmiersprache da etwas zu beitragen können. Man kann zu JQ Assistant beitragen oder zu Get-A-Vis selber. Es ist 2018. Wir schreiben einen Antrag für Google Summer of Code 2019. Nächsten Monat. Und vielleicht kann ein Student also tatsächlich dafür bezahlt werden. Danke. Vielen Dank. Ich möchte euch mit dem SIG-Rock-Projekt bekannt machen. Wie ihr an diesem Tisch sehen könnt, versuchen wir alle möglichen Geräte zu unterstützen. Alles, was irgendwie mit Tests und Messen zu tun hat. Multimeter, Oszilloskope, Logikanalysatoren. Derzeit unterstützen wir mehr als 200 Geräte. Die Frage ist, wie machen wir das? Wenn ihr euch den Software-Stack anguckt, dann könnt ihr sehen, dass die Kernkomponente Lipsig-Rock ist. Es ist eine Bibliothek, die alle Treiber abkapselt und ein gemeinsames API darstellt. Und dadurch könnt ihr nur eine API benutzen, statt ganz vieler. Ganz unten könnt ihr libUSB, libSerialPort, libFTDI, libG und Python 3 sehen. Das sind die Libraries, die wir benötigen, um die Hardware zu benutzen. Ganz oben könnt ihr den libSIG-Rock-Client sehen. Das ist die Software, die versucht, mit den Geräten zu kommunizieren. Sie irgendwie darstellt, die Daten. Dann könnt ihr dort noch neben libSIG-Rock die libSIG-Rock-Decode-Library sehen. Die steht ein bisschen neben libSIG-Rock. Die macht Protokoll-Decoder, über die ich in einer Minute sprechen werde. Sie benutzt Python und libGLib. Der erste Client, über den ich sprechen möchte, ist der obligatorische Command-Line-Client. Man kann es benutzen, um Daten zu bekommen, umzuwandeln. Man kann es gut skripten, man kann es testen, automatisieren. Alles, was ihr tun wollt. Ein anderer Client ist SIG-Rock-Meter. Das ist hauptsächlich darauf abgestimmt, um es mit Multimetern zu benutzen. Man kann Daten messen, loggen, was man halt will. Es hat schon relativ viele Features, aber es braucht gerade einen Maintainer. Wenn euch das interessiert, dann kommt zu uns, sprecht mit uns. Ein anderer Client, der relativ neu ist, ist SME-View. Das ist ein Programm, das ein Source-Measurement-Unit simulieren soll und eine elektrische Load simulieren soll. Ich habe es noch nicht benutzt, aber ich habe gehört, es ist ganz gut. Ein noch neueres Tool ist Lib-SIG-Rock-Mini-Server. Und das erlaubt euch, über ein JSON-Interface auf alle eure Devices, die von Lib-SIG-Rock unterstützt werden, zuzugreifen. Damit könnt ihr hier zum Beispiel auf ein Power Supply drauf gucken. Und das Letzte, was wir haben, ist PulseView. Das ist die Software mit den meisten Features, die wir haben. Unser beliebtester Client. Ihr könnt es auch unter Linux, Windows, OSX und Android benutzen. Es ist sehr flexibel in dem, was es tut. Hier könnt ihr ein Standard-Setup sehen. Ihr habt zwei Signale, SCL, SCA, was ihr über einen Logic Analyzer bekommen habt. Und darunter ist ein Protocol Decoder, um das zu visualisieren. Um es in einen Weg darzustellen, der Sinn macht. Was wir hier machen, ist, wir wollen einen Schritt weiter gehen, sodass ihr eure Protocol Decoder in Python schreibt, damit ihr noch mehr aus euren Daten rausholen könnt. In diesem Beispiel haben wir ein DS1307-Echtzeituhr dran gepackt. Da könnt ihr sehen, was die Daten für den Chip meinen und für andere Chips. Das ist ziemlich cool. Das erlaubt euch jedes Ozylokop, das ihr habt, wenn ihr einen Treiber dafür habt. Und so könnt ihr noch andere Protokolle da dran flanschen, die es normalerweise nicht unterstützt, solange ihr einen Treiber habt. Was ich jetzt noch sagen möchte, es gibt ein Cypress-Development-Port für weniger als 10 Euro, das ihr benutzen könnt, mit Libsicrock benutzen könnt, um einen 10 Euro Logic Analyzer zu haben, der eigentlich ganz viele Features hat schon. Und wir haben mehr als 100 Protokolle zur Verfügung und dann habt ihr ganz plötzlich für 10 Euro ganz viele Sachen auf eurem Arbeitsstisch zur Verfügung. Und das erklärt, warum das Zigrock-Projekt relativ beliebt ist in unserem Kreis. Hier könnt ihr tracen, hier ist USB, wir haben PCAP-Output. Was ihr mitnehmen könnt, ist, wir versuchen ein Einhorn zu sein. Wir haben ganz viele Decoder, wir geben euch ganz viele Möglichkeiten. Kommt zu unserer Assembly, um uns zu kontaktieren, oder Twitter oder Mastaton, oder kommt einfach ins IRC. Danke. So, dann, next up ist Datenkraken gefunden und nun. It's going to be a German talk, so. Next up is Founded Data Kraken, what now? If you speak English, you might want to check out this exact stream. You don't want to hear my English, so this is going to be German. I'm called Alvar Freude. I am working for the Data Protection Agency of Baden-Württemberg. So, here's something about data protection. One or two of you might, when analyzing hardware, software, or website, might have stumbled upon weird data transfers you probably don't want to have for privacy reasons or for similar ones. So, you can ask yourself, is that even allowed? Well, mostly not, because without a significant reason or the user consenting is usually not okay, according to GDPR. You know, the whole thing with the signs next to doorbells and such, that's bullcrap. But there are things where you can do something. You can have a look at what hardware, what software transfers data in a weird way. So, there's an obligation for data safety. Article 32 contains provisions for encryption that we demand. Then there's the obligation to privacy by design and privacy by default, which is Article 25. And here's a bunch of examples for bad things. The first punishment a company ate in Germany as a consequence of GDPR. A web service saved data in plain text, specifically passwords. I don't have to tell you why that's bad. They got a very small fine because they were a small company and very cooperative. With big companies, it can get very expensive. A single instance can cost up to 20 million euros or 4% of worldwide yearly turnover. Moving, whether by mail or by hand. Unencrypted data or USB sticks, depending on context. But for example, if you move medical data via unencrypted email, you're going to get problems. Tracking of or transfer of data without consent, like Facebook custom audiences, according to our Bavarian colleagues, is highly illegal. So, what can you do? You can seal up your devices so the data doesn't leak out. But that doesn't help people without your know-how. So, you can complain at the appropriate authorities. It depends if you want to go at the maker of the product, the distributor, and so on. They have to do something. So, just take the search engine you distrust least and look for the appropriate place and talk to them. This can be very expensive for the evildoers, and the authorities in question can't just leave your complaint alone. They have to investigate. But it can happen that we from Baden-Württemberg give the process to Berlin, Hamburg or Schleswig-Holstein if the responsible person for this is there. Important, rationally, carefully tell us what you found, technical details. We have people who can understand this. We're not just lawyers. Our tech team in Stuttgart, for example, is five people. But we know what you're talking about. We have seen a TCP dump. I should put in as much detail as possible. This can be done anonymously. So, if you're working at a company that's doing bad things and my bosses aren't listening to me, well, then you can just be an anonymous whistleblower and give us the information. A little tip. Have some way of contacting you, because we often have questions, since not everything is clear 100% usually. Well, that's just the general one, general info. We're going to have a self-organized session in M3, 1830 to 20.00 today. There will be multiple people who tell you things about data protection in 15-minute blocks. I'll be there, too. And we'll see. If there are any questions, we can do them there. If you have any problems, wishes, 1830, room M3, this evening. Bye. Vielen Dank. Der nächste Talk ist dann einer der üblichen Verdächtigen. Bork Backup. So. Hi. Hallo. Ich wollte ein kurzes Update zu Bork Backup geben. Auf den ersten paar Slides habe ich ein bisschen Überblick für die Leute, die noch nicht wissen, was Bork Backup ist. Mein Name ist Thomas. Kurz die Features von Bork Backup. Es ist ein Backup-Tool. Man benutzt es üblicherweise auf der Kommando-Zeile. Es hat ein Interface wie Git oder so. In der jüngeren Vergangenheit haben Leute auch an einer Gull geabt haben. Wenn ihr nicht so nerdige Freunde habt, die lieber rumklicken, dann können die das jetzt auch benutzen. Wir haben eine relativ gute Architektur, Plattform und Dateisystem-Support. Wir machen Deduplikation. Wir komprimieren authentifizierte Verschlüsselung und wie man es üblicherweise benutzt, man liest von einem lokal gemounteten Dateisystem und speichert zu einem anderen lokalen Dateisystem oder einem Remote-Server per SSH, wo es mit einem Remote-Bork spricht. Ihr könnt euer Repository Fuse mounten. Wenn ihr keinen Remote-Server habt, dann ist das kein Problem. Es gibt Provider dafür, die sowas anbieten. Zum Beispiel Arsinktonet oder Hetzner. Und ein ganz neuer ist Borkbase.com, das ein sehr nettes Web-Interface hat. Der Bork-Base-Mensch, der macht auch diesen GUI-Client. Wenn ihr keinen Server mieten wollt, dann könnt ihr euch einfach einen anderen Nerd suchen und ihr könnt euch gegenseitig eure Backups schicken. Dann muss man den anderen Leuten auch nicht zu sehr vertrauen. Ein anderer Weg, das zu benutzen, ist, wenn ihr gerne Sachen in der Cloud haben wollt, zusätzlich zu eurem lokalen Repository, dann macht ihr euer lokals Repository zuerst und dann pusht ihr das andere Repository in die Cloud, zum Beispiel mit R-Clone. Wenn ihr euren eigenen Server habt, dann könnt ihr einfach SSH benutzen. Das GUI-Tool, das ich genannt habe, ist Vorta. Das ist in Python geschrieben und Qt. Es ist hauptsächlich auf Linux und Mac OS getestet derzeit. Aber in der Zukunft könnte man es vielleicht auch unter Windows benutzen, wenn man es adaptieren kann. Wie ich gesagt habe, könnt ihr das euren Freunden zeigen. Ein anderes Tool ist Borgmatic. Das ist ein Config-Layer auf Borg oben drauf noch. Wenn ihr lieber ein Inni-Style-Config-File habt, dann könnt ihr dieses Tool benutzen. Wenn ihr andere Tools benutzen wollt, dann gibt es ganz viele andere Tools. Sucht einfach danach, dann könnt ihr das finden. Borg ist allgemein ein Community-Projekt. Wenn ihr in Python, C oder Cypher schreibt, dann macht bei uns mit. Wir brauchen derzeit mehr Entwickler. Ihr könnt aber auch helfen, wenn ihr nicht coden könnt. Ihr könnt nach der Dokumentation schauen. Ihr könnt testen. Wir haben eine gute Testumgebung. Wir benutzen kontinuierliche Integration. Für Plattform-Tests benutzen wir Vagrant. Wir brauchen außerdem Unterstützer für verschiedene Plattformen. Wenn ihr zum Beispiel NetBSD oder sowas benutzt, dann kommt auch zu uns. Der aktuelle Status ist, es gibt eine Old Stable. Die ist schon vor sehr langer Zeit veröffentlicht worden. Man kann sie in vermutlich jeder Distro finden. Das aktuelle Release ist 1.1. Das ist das neueste Zeug. Das nächste Release, vielleicht 2019, wird hauptsächlich Code-Cleanups und Refaktorierungen haben. Interne Krypto-API und neues Handling für das Kompaktifizieren von Repos. Die derzeit noch nicht automatisch sind. Größere Änderungen sind dann im Helium-Milestone und da brauchen wir mehr Leute für. Die Krypto-Änderungen werden viel Arbeit sein. Multi-Threading wird auch viel Arbeit sein. Wir brauchen auch Community-Supporter. Wenn ihr Leuten helfen könnt, weil ihr Blog benutzt, dann könnt ihr helfen. Dann könnt ihr auf den Mailing-Listen und auf GitHub gucken. Wir brauchen Security-Review. Wir haben bekannte Issues. Falls da mal jemand über den Code gucken könnte. Außerdem brauchen wir mehr Sponsoren, mehr Spenden. Wir machen nämlich Bug-Bounties mit Bounty-Source. Ich bin hier auf dem Kongress. Findet mich einfach in der Python-Assembly. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Klickt einfach auf diesen Screencast, auf den Link und dann klappt das. Vielen Dank. Eine kurze Erinnerung. All die Slides, die die Speaker auch zu uns hochgeladen haben, die ihr hier sehen könnt, könnt ihr euch runterladen. Die könnt ihr finden auf c3lt.de. Dort c3lt.de und da könnt ihr die Slides runterladen. Alright, next up ist Tune-Exam. Als nächstes. Oh, that was the Browser. Das war der Browser. That's why I prefer PDFs. Deswegen bevorzum ich PDFs. Also, wenn ihr ein Talk hier machen wollt, dann macht das am besten mit PDF. Es ist portable. Es ist ein Dokumentenformat. Let's go. So, first of all, it is a PDF, yes. My name is Stefan Günther. I'm from the Technical University of Munich. And I'm just going to give you a quick overview of how we work with very large... Check set. 2015, we had 1,152 tests, and then that raised to 1,692, because of more students. 2015, it was 36k assignments, this time it was 74, because of more students and because they were shorter. So, that's 75,000 and 147,000 single ratings. The paper amount dropped, which happened because our template was shorter and more compact. This year, we have 2,500 more multiple-choice quiz, 32k partial assignments, and 5k pages of paper. How do we do that without going crazy? Since 2000 crazy, we've been doing our own scanner testing system. We have QR codes on our worksheets, so we do the whole thing pseudonymously, because there are no names on it. We scan the thing, we OCR it, and put it online for students to check. Then it's digitally archived. This is how it actually works. If you want to know it real closely, look at our lightning talk from 2015. Now I want to just say what happened since then. So, 2015, we only used it at our own department. Then we added four more checks. We changed from QR to data matrix, because they are more flexible. We had a new template in LaTeX, re-implemented the data. We switched the database to Postgres. We bought an 8,000-Euro scanner. It would be worth its own talk, because the mechanics are awesome, but the software sucks. We have a new platform for looking at the whole thing online. Our web interface now works with touch and pen. At the beginning of 2017, we integrated the Carfinger testing concept. It's a concept for very compact math quizzes. Now we support small quizzes and multiple choice between May and October 2017. We pushed 7,500 of those, with more than 20 events. We added a VM server called Dreadnought. We're doing experimental e-checks since the end of 2017. We built our own scanner front-end, because the original one was problematic. We've got a new web interface running since the beginning of the year. We have an automatic sync with the platform the students use to look at their tests. We're working on an iPad app. The work is being done by students. We now work with all testing presets, even those done by others. And now this is a lightning talk. If you're interested in this, hit us up at our assembly. We can talk about it. And if there's something really interesting, both of us might work together. Thank you. Alright. Alright. Der nächste Talk ist Irma. Ich gebe meine Attribute zu erkennen. Oh, I'm already supposed to click the link. Ich soll diesen Link klicken. Schauen wir mal, was passiert. Ah, okay. That's a PDF, right? Yeah, it's a PDF. You can also... Ah, das ist eine PDF. Dann laute ich sie vielleicht auch einfach runter. Ah, nein, ich mache sie in Vollbild. Ich möchte Irma euch vorstellen. Das ist ein Open Source Projekt, mit dem ihr privatsphärefreundlich und dezentral Authentication und Signaturen machen könnt. Für die Nutzer des Zentrales ist die App, die ihr links sehen könnt. Es gibt sie für iOS und Android. Das Projekt soll Authentifizierung und Aussagen über einen selbst signieren. Was ihr da sehen könnt, ist ein Login für IrmaTube. Es gibt auch ein paar Attribute von der niederländischen Regierung. Und die könnt ihr anderen beweisen, so dass sie sehen können, dass diese Informationen korrekt sind. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass die Leute nichts über eure Interaktion online lernen können. Wenn ihr euch heute zum Beispiel irgendwo mit Google oder Facebook einloggt, dann habt ihr einen User Identity Provider und ihr wollt in einen Webstore. Dann habt ihr da ein Login mit Google. Dann geht der Identity Provider zu Google und gebt dem Webstore die Information, dass ihr da ein Nutzer seid. Und jetzt weiß Google, dass sie euch da einloggen können. Und das wolltet ihr vielleicht nicht, wenn ihr euch bei eurem Arzt einloggen wollt, dass Google weiß, dass ihr euch da einloggen wollt. Was wir bretschen wollen, ist eine andere Lösung. Wir sammeln einmal alle Statements, die euch erlauben, euch einzuloggen. Ihr geht zu einem Identity Provider und sammelt das einmal ein. Und dann könnt ihr damit zu dem Webstore gehen, ohne dass ihr mit dem Identity Provider reden müsst. Und dann müsst ihr nie wieder mit dem Identity Provider reden und könnt einfach die Daten wieder benutzen. Die Garantien für Sicherheit, die Ömer hat, sind Authentizität. Es ist signiert mit einer digitalen Signatur. Ihr könnt beweisen, dass sie euch gehören. Ihr müsst beweisen, dass ihr die Ömer-Pin habt. Es gibt einen geheimen Key auf eurem Telefon, der sagt, dass euch diese Attribute gehören. Es gibt Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wir benutzen ein Attribut-Credential-System, das ist Multishow-Unlinkable. Das bedeutet, dass die... Wenn ihr ein Attribut habt, das etwas über euch aussagt, zum Beispiel, ich bin über 18, oder ich bin ein deutscher Staatsbürger, dann können sie zum Beispiel nicht sehen, dass ihr die gleiche Person seid. Also man kann nicht verbinden, dass ihr 18 seid und ein deutscher Staatsbürger. Es gibt eine automatische Datenminimierung, weil man nur die Sachen zeigt, die man auch wirklich zeigen muss, dem gegenüber, der sie sehen will. Also ihr zeigt immer nur relevante Sachen. Ihr müsst Konsens anzeigen. Also eine typische Session ist, ihr geht zu einem Web-Store, ihr klickt einen Link, die Ömer-App geht auf, die Ömer-App sagt euch, diese Web-Store möchte die und die Informationen überhaupt haben und dann stimmt ihr zu oder nicht. Und dann beweist ihr diese Attribute, ohne noch irgendwen anders mit ins Boot zu holen, außer euch. Seit den 90er Jahren war es ein großes Problem, den Leuten Zugriff auf richtige Signaturen zu geben. Dafür muss man eine Infrastruktur für öffentliche Keys machen und man muss private Keys verwalten und gegenseitig signieren. So, zum Beispiel kann man einmal alle Attribute sammeln und das einmal signieren. Hier zum Beispiel ein Beispiel mit meinem Doktor, das signiere ich mit einem Attribut. Und das beweist, dass ihr die Daten von eurer Regierung geholt habt. Jeder kann das machen, es ist ein dezentrales System. Wir haben Informationen online, wir sind ein Open-Source-Projekt, wir haben eine Organisation auf GitHub, es ist in Go geschrieben, es gibt einen Java-Server. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt und mitmachen wollt, dann haben wir einen Slack-Channel, den ihr hier sehen könnt. Ihr könnt alle die App downloaden, bitte macht das. Okay, der letzte Talk vor der Pause wird auf Deutsch sein, in German. Warum wir zwei Jahre lang Wikibooks? 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 Ja, hello. Wir haben immer noch eine Teil des Internetes zu printen, so wir haben einfach versucht, das mit einem Plattformen von Wikibooks. Und das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis. das ist das Ergebnis. Die erste Bildung von Mathematik für nicht freaks. Die erste wir chose ist Mathematik für non-freaks. Does anybody know that? Okay, a few. Nice. So, das ist ein bisschen verbessertes Design, done by a designer. The idea was to understandably communicate college-level Maths to college students. We used embedded media, embedded image, we used these definition boxes. In the bottom right we have embedded video. And this project has been part of Serlo for a while, which is a platform for high schoolers, a multimedia one. And as you can see, it's not just about the content, but it's also about transparency and democratic processes. Does it work? Well, the number of users seems to say yes. 80,000 for Serlo, 100,000 for Maths for Nichtfrug, and it has been downloaded over 10,000 times. The project started originally in Munich, but distributed itself over Germany in the last two years. We're in Dresden, Berlin, and Münster. Why did we print out the Wikibook? Well, we want to build an alternative to the usual extremely expensive textbooks. The book can be found in the library of the Munich University. The question is, why did we take two years for this? Couldn't you just do this via Pandoc? First of all, there's a lot of semantic markup, which we're very proud of. But that means we can't just use a converting tool like Pandorf, because that will look different for any other target. For example, in PDF, we want to do definitions and media differently than HTML. And we have other dependencies, not just article contents, but here, this red dot in the middle. That's the actual book. Everything else is the dependencies. The green thing is all the media files, for example. The yellow is parts of other articles that are reused somewhere else. And the circle thing is articles, how they are put into source code, converted into an intermediate format, exported, and then collated as a book. The whole system is more or less like this, works with multiple Rust tools. We have our wiki platform, a parser that builds an intermediate file. We export the actual articles. And we have the linter who automatically gives hints to our authors. In future, we want to connect those platforms a bit and, of course, save work. So the goal is to use the intermediate format of MatteVernichtFreaks, to dump it onto Surlo, and to add further export targets, like eBooks, so we don't have so many dead trees at the end. If you want to contact us or have any ideas for us, we're always interested in potential new paths for development of the platform. So there's Surlo itself, if you're interested in the export project. If you're close to Dresden, then you can talk to us, or you can talk to us at the Congress, at the AGDSN Assembly, or you can call us at DECT 1893-6923. Thank you. Welcome back to the subtitle. We are F.L. Berger, Karim & Tribut. The next lecture is about Open Age. The files are already seen. Then it goes directly on. Hi everyone. Yeah, hello zusammen. We are a small part of the development team of Open Age. We are doing a new implementation of Age of Empires 2. I'm Jonas. And I'm Michael. So what we are doing? We have a custom clone of the engine of Age of Empires. We have started. 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 We have done that. Our game needs the data from the original game. That means you have to have the original game. But we have also a completely new engine written. With unlimited possibilities for changes and so on. We have started. The original engine is very limited. It goes already on Windows. We have a little overview of the technology we use. The engine itself is in C++ written. But it has a large interface. We have the most options for the engine from Python 3. We use C++-Codes to bind them. CMake. And we have also our own data description. But maybe later more. So it looks like it is now. Let's year we had three big changes. We have a new renderer. Then we have a new world simulation. A new engine for world simulation, which is completely on events, on events, on events. And a new API for modding. That's all the changes in the background. We have very few things that you can see, which have changed in the last year. But we are now ready to build everything together. The new central component of the engine is based on entity components. Every entity or every entity has Eigenschaften. That is here in green. And that has Bonus-Eigenschaften. Also zum Beispiel, die Einheit steht auf einem Hügel, hat also höheren Angriffsschaden. Und dann gibt's auch manche Sachen, die permanent sind. Also zum Beispiel eine Entität kann existieren, sich bewegen, sterben und so weiter. In der Praxis sieht das dann so aus. Hier ist unsere eigene Beschreibungssprache, mit der man das vereinfacht beschreiben kann. Ein Dorfbewohner, der 25 Lebenspunkte hat, der einfach nur existiert. Und der kann auch sich bewegen, sterben, angreifen und so weiter. Und auf die Art und Weise kann jede Entität alles tun. Also man kann also zum Beispiel auch dafür sorgen, dass Bäume neue Einheiten trainieren können. Oder Relikte können auch anfangen, Holz zu hacken, wenn ihr wollt. Das ist eine Übersicht über die RP. Simulate Age of Empires 2. Alles was man braucht, um Age of Empires 2 zu simulieren. Die grünen sind, wie gesagt, alle die Fähigkeiten. Wir haben auch neue Sachen, wie zum Beispiel Inventar-Management. Also zum Beispiel eine Person, die einen Stein transportiert, das jetzt korrekt implementiert und nicht eine zusätzliche Einheit für die Steine. Und man kann auch beliebige Bedingungen haben, die man zusammenbauen kann, zum Beispiel für Technologie. Und das wird so implementiert. Eine Technologie ist auch nur wieder eine Entität. Und die Technologie hat den wichtigsten Parameter. Es sind die Updates, ganz unten. Das ist eine Menge von Patches. Patches sind eine spezielle Fähigkeit unserer Sprache, dieser Nyan-Sprache, die uns erlaubt, Daten in der Datenbank dynamisch zu aktualisieren. Also in dem Fall ist es der Mehr-HP-Patch, der Bewohnern 50 zusätzlichen Lebenspunkte gibt. Immer wenn diese Technologie aktiv ist, dann wird die Datenbank aktualisiert. Mit demselben Trick können wir auch sowas wie Angriff und Verteidigung. Also zum Beispiel Angriffe aus der Distanz werden dann korrekt berechnet, dass sie die richtige Menge an Schaden abziehen. Und wir können auch sehr komplizierte Sachen machen, indem wir zum Beispiel ein Katapult beladen oder nicht beladen simulieren. Und das ist auf Ereignissen basiert. Da wird also alle Ereignisse im Spiel, sowohl Vergangenheit als auch in der Zukunft, und das Einzige, was der Client macht, ist diese Ansicht abzuspielen. Das ist also nur ein Snapshot. Und jetzt noch ein paar lustige neue Sachen, Datenkonvertierungen und das wär's dann. Macht mit, helft uns diese großartige Sache zu entwickeln. Herzlichen Dank. Danke. Der nächste sind Kryptowährungen in Hochinflationsländern und darüber hinaus von Felix Mago. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Felix. Ich komme von der Dash, ein bisschen aus Thailand. Und wir waren gerade ziemlich beschäftigt, um Kryptowährungen aus sehr abstrakten Sachen wirklich auf die Straße zu bringen, also dass Leute die verwenden können. Und das ist ziemlich herausfordernd. Und ich möchte euch ein paar Erfahrungen erzählen, die wir gemacht haben oder die andere Teams gemacht haben beim Sample der Kryptowährung Dash. Ja, also diese Kryptowährungen waren so ein ziemlich berühmter Use Case, was die Blockchain angeht. Aber man sieht im Moment wenig Optionen in der echten Welt mit diesen Sachen zu bezahlen. Das ist wirklich herausfordernd, das zu tun. Und wenn man da mit der Freiheit des Banksystems nachdenkt, ja, die Kryptowährungen sind da. Und es gibt Studien, die sagen, dass mehr als 60 Prozent aller dieser Tokens im Grunde Kryptowährungen sind im Vergleich mit anderen Tokens, die man mit Blockchain zu erledigen macht. Wenn man sich jetzt Dash anschaut, dann sieht man, dass es eine ziemlich große Zunahme gibt der Akzeptanz weltweit tatsächlich. Und wir starten mit 500 in diesem Jahr und sind bei 4.500 gelandet. Wenn man sich Bitcoin und die anderen anschaut, dann ist das gar nicht so viel anders dort. Und es ist ziemlich schwer, richtig gute Statistiken dafür zu bekommen, weil es gibt ein paar Karten, auf denen man sich registrieren kann. Aber es ist nicht so, dass man einfach irgendwo hingehen kann und dort eine richtige valide Nummer bekommt, wie viel Kryptowährung akzeptiert wird in der Welt. Also für Dash sieht es so aus, besonders Venezuela ist tatsächlich der Use Case Nummer eins. Wenn man sich das hier anschaut, das macht auch totalen Sinn. Die haben einfach eine Inflation von 1,4 Millionen Prozent dieses Jahr. Die Leute haben es also wirklich richtig schwer, wenn man im Morgen einfach ein paar Eier kauft, dann braucht man ein bisschen Geld und wenn man sie am Abend kauft, dann braucht man nochmal x-mal so viel Geld. Dash hat tatsächlich ein gesundes Ökosystem dort entwickelt in Venezuela, sodass wir tatsächlich sagen können, wenn man so einen Hyperinformationsrand hat, dann ist so eine Kryptowährung tatsächlich ein echter guter Use Case dafür. Wir haben Venezuela, wir haben die Türkei, wir haben ein paar Länder in Afrika, da gibt es noch ein paar mehr, wo das eigentlich wirklich Sinn ergibt. Für mich, ich meine aus einer geschäftlichen Perspektive, wir schauen uns natürlich die Hyperinformationsländer an, wir wollen aber auch natürlich darüber hinaus gehen. Da muss natürlich alles vorher installiert sein. Man braucht also, man muss die Steuern bezahlen, man muss die Regulation sich angucken. Wenn man also sich die Händler anschaut, dann ist so der Punkt, okay, die haben ganz viele Fragen und der wichtige Punkt ist, die interessieren sich eigentlich überhaupt nicht für Kryptowährungen als solche. Die wollen eine einfache Lösung haben, die in ihren Business-Prozess mit reinpasst und die wollen möglichst auch nichts investieren da rein unbedingt und auch keine zusätzliche Software und Hardware und Weiterbildung dort investieren. Wir gehen also zu den Händlern hin, wir versuchen zu verstehen, was die wollen und wie wir denen helfen können, ein System einzurichten und natürlich auch später das System zu supporten und Fragen zu beantworten. Wenn man also sich Krypto-Payments auf der Straße anschaut, da gibt es immer noch viel mehr Fragen, die unbeantwortet sind. Regulierung, wie ich schon sagte, mit Steuern zum Beispiel. Auch wie integriere ich das halt in diese Point-of-Sales-Systeme, die halt direkt einfach Kassensysteme sind. Eine andere Sache ist, wir fangen mit den niedrig hängenden Früchten an. In Thailand, da gibt es einfach einen Haufen Bitcoin-Shops, die haben auch einen Aufkleber an der Tür und die Leute haben das aber total vergessen. Wir gehen also in diese Läden rein und die sagen, Bitcoin, was? Die haben das eigentlich total vergessen, weil die Stuff das mal draufgeklebt hatte und das aber gar nicht mehr weiter supportet hat. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man kontinuierlichen Support hat. Und das größte Problem, was sie haben ist, sie wollen einfach Geschäfte machen. Sie wollen, dass ihr Geschäft läuft, sie wollen ihre Produkte verkaufen und sie wollen mehr Kunden bekommen und am Schluss des Tages wollen sie glückliche Kunden haben, denn glückliche Kunden kommen zurück. Und da ist unser Ansatz, in Thailand zum Beispiel, ist, wir wollen gesunde Ökosysteme haben für ökonomische Ökosysteme. Also man braucht, wie gesagt, eine ganze Sache von Dingen, die zusammenspielen müssen. Man muss also die Sachen eintauschen können, man muss den Cashflow als Man-App verwalten können als Händler. Möchte ich die behalten jetzt aus spekulativen Gründen oder will ich die sofort verkaufen, wenn ich die bekommen habe? Wir brauchen also diese Zahlungsdienstleister dazu. Wie gesagt, auch Steuern spielen eine Rolle. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die Kunden, die reinkommen. Man braucht also erstmal überhaupt eine Community, die dort reinkommt und damit bezahlt tatsächlich, die das nicht nur hortet, sondern die in Geschäfte reingeht und bezahlt. Also am Schluss geht es darum, dass man wirklich Ökosysteme hat, die dort funktionieren. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster ist Balkkon. Der nächste Talk ist Balkkon. Guten Morgen. Ich bin Jelena vom Balkon Orga Team. Ich bin hier, um unsere Konferenz zu präsentieren. ein kleines Hacking-Event. Also für das nächste Mal ist es das siebte Mal, dass wir das Event organisieren. Balkan Computer Kongress. Die Daten stehen schon fest. 13. bis 15. September 2019. Was ist Balkon eigentlich? Das ist in Serbien, haben wir angefangen, kleine Konferenzen zu organisieren, weil es kleine, in Novi Sad gibt es eine Universität, viele Studenten, die technisch interessiert sind. Und wir möchten diesen jungen Menschen in der Balkanregion mit der Hacking-Kultur vertraut machen. Und deswegen möchten wir das jetzt zu einem jährlichen Event machen. Und wir hatten viel Spaß und möchten das jetzt wiederholen und laden euch ein, auch zu kommen. Das sind die wichtigen Daten. Der Ort ist Novi Sad. Talks können eingereicht werden ab Anfang Februar. Die Deadline für Submissions ist Anfang Juli. Wir organisieren auch ein CTF. Wenn ihr also nicht kommen könnt, dann könnt ihr an dem CTF teilnehmen. Wer war dieses Jahr bei uns? Wir hatten einige bekannte Sprecher. Jenny Virus aus den USA war da. Rob aus den USA war da. Eine lange Liste von Sprechern, die ihr hier seht. Ihr könnt auch unsere Website besuchen. Da ist ein komplettes Archiv mit Videos, die ihr euch anschauen könnt, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie es dort aussieht. Und was auch wichtig ist, dass wir da sehr viel Spaß haben. Wir haben die Tradition, am zweiten Tag abends ein Rakia-Tasting zu machen. Auch Rakia-Leaks genannt. Wenn ihr also nicht wisst, was das ist und das mal probieren wollt, dann kommt mal vorbei. Wenn ihr das jetzt probieren wollt, dann kommt doch mal zur Balkan Assembly und probiert das einfach mal, damit ihr schon mal wisst, worauf ihr euch da einlasst. Warum Novi Sad? Es ist unsere Heimatstadt, also haben wir begonnen, es dort zu organisieren. Es ist aber auch auf der Top-10-Liste im Lonely Planet. Es ist günstig, es gibt viel zu sehen und es gibt gutes Essen. günstige Unterkunft und es ist super erreichbar. Also drei Stunden von Budapest. Wenn ihr Fragen habt, was wir machen und warum wir das machen, dann könnt ihr uns auch eine Mail schicken. Wir antworten schnell. Ihr könnt auch unsere Website besuchen oder uns auf Twitter folgen. Wir sind auch hier auf der Balkan Assembly. Hier in der Halle nebenan könnt ihr uns finden. Wir haben auch Sticker und Flyer. Kommt einfach und schaut euch an, was wir machen, was wir haben. Wir versuchen auch eine Hacking Community aufzubauen und haben auch Hacker Spaces. Ihr könnt auch eine Assembly bei uns aufbauen und haben schöne blinkende Sachen, die ihr zum noch schneller blinken bringen könnt. Denkt dran, nächsten September, 13., 14., 15. Bitte kommt zu uns, um viel Spaß zu haben. Vielen Dank. Danke. Nächster WPS PPC auf Windows 10. Hallo. Hallo. Mein Name ist George und ich bin der Autor dieses Wi-Fi Frameworks. Heute spreche ich darauf, wie man auf Windows 10 diese Attacke durchführt. Welche von euch kennen diese Karma-Attacke? Karma? Karma ist eine ziemlich populäre Technik, die im Grunde einen Man in the Middle installiert für diesen Angreifer. Es gibt aber noch andere. Und ich möchte über einen Angriff sprechen, der dieses WPS im Grunde über einen Man in the Middle über WiFi angreift. Also WPS PPC, für die, die es noch nicht kennen, ist so ein Merkmal, das euch erlaubt, ein Gerät oder ein Access Point ziemlich schnell einfach mit so einem Knopfdruck zu assoziieren auf der Access Point Seite. Und dann ein zweiter Knopf auf dem Gerät und die Reihenfolge ist auch egal. Man drückt entweder das eine oder das andere zuerst. Und man muss es aber innerhalb von 120 Sekunden machen. Es gibt keine weitere Autofizifizierung oder andere Mechanismen. Hier sieht man, wenn man so ein überpflichtiges Ganze funktioniert. So, man sieht also dieser Laptop oder was immer das Gerät ist. Man drückt den Knopf dort, dann innerhalb von zwei Minuten muss man den Knopf auf dem Access Point drucken. Und dann assoziieren die sich miteinander und dann ist das Gerät mit dem Access Point verbunden. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass jemand kann diesen Knopf drücken und zwar schneller als derjenige, der an dem Access Point den Knopf drücken möchte. So, dass es im Grunde dadurch sich so ein Man in the Middle etabliert, weil einfach sich dieses Gerät mit dem falschen Access Point verbindet. Ja, so bekommt man also diese Man in the Middle Attack über WPS PPC hin. Und das Offer muss natürlich diesen Knopf auf seinem Gerät drücken. Die Frage ist, selbst wenn man das nicht aktiv benutzt, ist man immer noch vulnerable, also verletzbar auf Windows 10. Warum passiert das? Das Problem in Windows 10 ist, dass wenn du ein WPS Network auswählst, dann wird automatisch, also Windows 10 drückt im Grunde diesen WPS PPC Button für dich, einen virtuellen. Selbst wenn du es nicht aktiv selber benutzt, du benutzt es trotzdem, schließlich. Und also das ist eigentlich ein Usability-Schlägt-Security-Feature von Microsoft. Tja, wie kann man das ausnutzen? Ich zeig mal vier Schritte, wie das funktioniert. Also der erste ist, das Opfer hat also so ein WPA2-Netzwerk, wir machen da eigentlich nichts. Das Opfer ist glücklich. Ja, natürlich gibt es ein Windows 10 Laptop, das ist der Ausgangspunkt. Was wir als erstes machen ist, wir trennen das Opfer vom Netzwerk. Das machen wir mit verschiedenen Methoden, zum Beispiel wenn wir Authentication Frames manipulieren und es gibt viele verschiedene Techniken das zu tun. Also wir trennen das Opfer von dem Netzwerk, mit dem es gerade verbunden ist. Sobald wir das tun, nehmen wir an, dass das Opfer sich manuell wieder lokal verbinden möchte. Und in dem Moment advertisen wir aber dieses selbe Netzwerk mit der selben SSID, mit dem zufälligen Passwort, wenn es ein WPA2-Passwort ist. So und diesmal bieten wir aber diese WPS-PPC-Kapazitäten an. So, das Opfer klickt also einfach auf das Netzwerk und der virtuelle Button wird gedrückt von seiner Seite aus. Und was wir jetzt machen müssen ist, wir müssen einfach den Knopf auf unserer Seite drücken und das Opfer loggt sich dann in dem bösartigen Access Point ein. Und dieses Auto-Connect-Feature, wenn das noch aktiviert ist, dann verbindet sich das Gerät für dahin automatisch, egal, selbst wenn man sich eine Woche lang nicht mit dem Netzwerk verbunden hat. Und das gibt halt diesen Eindruck, dass das Opfer halt immer wieder selber mit dem korrekten Netzwerk verbunden wird. Tja, was daran lustig ist, das Netzwerk kann geschlossen sein, kriegt dieselbe SSID, es ist WPA2 geschützt. Man klickt einfach auf das Netzwerk, mit dem man sich verbinden will und trotzdem verbindet man sich eigentlich mit dem Access Point, mit dem man nicht verbunden sein wollte. Und das Problem ist, dass Microsoft, sagen wir mal, das so eingebunden hat, dieses automatische, oder diese Verbindung mit dem Netzwerk, mit diesem Knopfdruck, dass das untrennbar ist. Das ist bis jetzt noch nicht veröffentlicht, das ist zum ersten Mal, dass das hier veröffentlicht wird. Und ja, diese Attacke geht mit dem Wifi-Feaser, mit der letzten Version. Dann geht es also, wenn man das als Penetration-Test machen möchte. Vielen Dank. Jetzt geht es um Human Connection, ein kostenloses und Open Source soziales Netzwerk für aktive Bürgerbeteiligung. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Robert. Ich bin einer der Entwickler von Human Connection. Das ist ein kostenloses und Open Source soziales Netzwerk. Ich möchte ein Problem aufzeigen. Also ihr benutzt ein soziales Netzwerk, Facebook, Twitter, YouTube und ihr benutzt das als primäre Quelle für eure Informationen. Und dann kontrolliert ihr euren Newsfeed nicht mehr. Warum? Facebook, YouTube sind private Firmen. Der Quelltext ist nicht zugänglich und der Algorithmus entscheidet, welche Informationen ihr seht. Welchen Inhalt ihr seht, ob es Werbung gibt und auch welche Werbung ihr seht. Und deswegen verlange ich, dass soziale Netzwerke freie und Open Source Software sein sollen. Die Definition davon, der Nutzer kontrolliert die Software. Wenn das Programm den Nutzer kontrolliert, dann handelt es sich um nicht freie Software. Wie zum Beispiel auch bei Facebook. Deswegen entwickeln wir ein soziales Netzwerk, das frei und Open Source ist, finanziert über Spenden. Und wir haben fast genug Geld. Wir brauchen viel Geld für unser Team. Und ich zeige hier einfach nur die Grafik, denn ich möchte zeigen, dass das funktioniert. Also es ist ein Markt. Es gibt einen Markt für Spenden für Software. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass bei freier Software ist es besonders wichtig, dass es unabhängig finanziert wird. Denn Facebook und YouTube, die haben Werbekunden. Und die werden wahrscheinlich Features implementieren, die nicht im Interesse des Nutzers sind. Bei freier Software entscheidet das die Community. Und weil die Benutzer das Programm kontrollieren, sollten Features immer im Sinne des Benutzers sein. Also Facebook wird euch Werbung zeigen, das ist definitiv nicht in eurem Interesse. Und sammelt eure Daten und das ist auch nicht in eurem Interesse. Während freie Software das nicht tun wird. Freie und Open Source Software wird euch keine Werbung zeigen und auch nicht eure Daten sammelt. Oder wenn wir es tun, dann tun wir es, um einen speziellen Grund zu haben, mit einem speziellen Grund. Und ihr könnt den Code auf GitHub angucken und euch anschauen, wie es funktioniert. Also wir haben aktuell einen Übergang zwischen zwei Technologien. Ihr könnt euch unsere aktuelle Arbeitsumgebung angucken. Die heißt Nitro. Auf der rechten Seite seht ihr einen Link dazu. Da seht ihr auch die Zugangsdaten auf der rechten Seite. Da könnt ihr jetzt hingehen und das mal ausprobieren. Und weil wir einen Übergang haben zwischen Technologien, sage ich euch eben, was wir benutzen. Wir benutzen jetzt UJS im Backend und UJS Frontend, UJS Backend. Und wir benutzen Neo4j als primäre Datenbank. Wir haben auf der alten Version 4000 Nutzer und 2000 davon Spenden auch tatsächlich. Ihr habt wahrscheinlich schon von einigen dieser Initiativen gehört. Mastodon, Diaspora, es gibt auch viele andere. Und wir wollen mit denen zusammenarbeiten. Es gibt gute Neuigkeiten. Es gibt einen W3C-Standard, der heißt ActivityPub. Das ist wie eine Sprache, mit der verschiedene soziale Netzwerke miteinander sprechen können. Sie können Inhalte austauschen. Und von der Perspektive des Nutzers ist es nicht wirklich wichtig, welchem sozialen Netzwerk ihr beitretet. Das ist zumindest der Traum. Wir haben das noch nicht vollständig implementiert, aber wir möchten das machen. Und wir haben zwei wöchentliche Meetings mit anderen sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Nextcloud. Und wir versuchen da zu kommunizieren und alle ActivityPub zu implementieren, damit wir, und ihr könnt da beitreten. Wir nennen das das Open Apps Ecosystem. Und wir haben auch ein wöchentliches Meeting für die Open Source Community auf der rechten Seite. Wir haben wöchentliche Treffen und versuchen unsere Leute, die dem Code beitragen, da beizutragen, einzubinden. Also macht mit. Das ist alles von mir. Ganz herzlichen Dank. Der nächste Talk ist iOS Privatsphäre. Hi. Hallo. Schnell kurz zu mir, wer ich bin. Ich bin sowohl ein Apple-Typ als auch ein Sicherheitsforscher, Aktivist. Ich kümmere mich um Flüchtlinge und arbeite für eine fiese Energiefirma. Ich schrieb eine kleine Beispiel-App, MyPrivacy. Eine ganz einfache App, um euch zu zeigen, was bei iOS wichtig ist, wo man drauf gucken muss, welche APIs wichtig sind, die Kontakte, Kalender und natürlich Siri. Ich war sehr überrascht, als ich zum ersten Mal anfing, damit zu forschen, denn Siri ist per default eingeschaltet. Die App ist in Settings Siri, aber es ist etwas verwirrend. Aber was ihr dort seht auf dem Screenshot ist, Siri kann lernen, wie ihr die App benutzt und was sie damit meinen, ist, dass sie euch Vorschläge machen, beziehungsweise Shortcuts vorschlagen. Das kann aber auch sehr nervig sein als User. Also Speak-to-Text funktioniert noch nicht, aber da sind sie wohl auch dran. Bei iOS läuft alles durch die selbe API, das ist für Fotos dasselbe, wie für... Wenn es auf Restricted steht, dann habt ihr Pech, dann könnt ihr da nicht zugreifen. Die App wird abstürzen, wenn ihr noch nicht nach Apps gefragt habt. Ich komme nicht klar. Und es wird auch von Apple geprüft oder sollte zumindest überprüft werden in dem Review-Prozess, dass ihr dem Nutzer auch tatsächlich sagt, was ihr wirklich macht. Also sagt den Leuten wirklich, was ihr damit macht. Lügt sie nicht an. Und da gibt es eine ganze Menge von denen, die im Wesentlichen in der Liste mit drin sind. Es geht auch um Privatsphäre. Da müsst ihr auch erklären, was ihr mit Kalendern macht, mit Bluetooth und so weiter. Und ihr könnt auch nochmal fragen. Das ist immer gut zu wissen, indem ihr diese URL aufruft, dass es in diesen Einstellungen öffnet. Das wird die Einstellungen für die Benachrichtigungen nicht nochmal aufmachen. Aber der Benutzer ist dann möglich, auf dieser Seite hier die Berechtigung nachträglich zu erteilen. Das heißt, ihr müsst immer nochmal diesen Status prüfen jedes Mal. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man die Daten zugreifen kann, Metadaten. Wenn ihr zum Beispiel die Benachrichtigung, die Orteberechtigung bekriegt. Bitte benutzt die Picker. Das ist total wichtig. Wenn ihr die Picker nicht benutzt, dann werden die Leute Zugriff auf das komplette Ding verteilen müssen. Wenn ihr ein guter Entwickler sein wollt, dann benutzt bitte nur spezielle Picker. Nehmt nicht alles auf einmal, denn das werden schlechte Entwickler, werden das machen. Das sammelt eine ganze Menge Informationen ein. Das machen hässliche Entwickler, machen sowas. Seid bitte nicht diese Leute. Habt gutes Karma. Und ihr werdet auch immer, wenn ihr die Berechtigung hinzufügen müsst, dann benutzt eine Picker. Ihr könnt auch nur einen von den Pickern benutzen. Und wenn Kontakte einen Ort eingetragen haben, zum Beispiel eine Postadresse, dann könnt ihr darauf zugreifen. Zum Beispiel über Geocodierung. Das ist was, was man wissen muss. Und ihr könnt auch, was ich auch noch erzählen wollte, ist, dass der Ort auch interessant ist, die API dafür. Denn MapKit weiß schon, wo ich bin. Auch obwohl ich es mir überhaupt nicht gesagt habe, es nicht erlaubt habe. Und das kann an den, also ihr werdet wohl denken, dass das von den Regionseinstellungen kommt. Aber das stimmt nicht. Das sind meistens die IP-Adressen. Und deswegen sieht man ja auf der Karte, wo ich bin, auf der Orts-API, da muss man den Nutzer immer fragen. Bitte fragt den Nutzer nicht nach allen Berechtigungen auf einmal, sondern erst nach dem hier. Und wenn ihr, dann könnt ihr nämlich vermeiden, dass diese Maske kommt. Denn beim zweiten Mal kommt nur diese Maske hier. Und das ist eigentlich, jetzt habe ich leider keine Zeit mehr. Es gibt noch bei Kalendern auch viele Einstellungen. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, dann setzt euch einfach mit mir in Verbindung. Hier sind die Kontaktmöglichkeiten. Danke für diese animierte Slideshow. Ja, also danke für diese großartige Slideshow. So, als nächstes kommt das Tree Area Network. T-A-N. Hallo, mein Name ist Ingo. Ich wollte ein Experiment mit euch teilen, was ich dieses Jahr gemacht habe. Das heißt, der TAN, Tree Area Network. Und als ich diese Präsentation zusammengestellt habe, habe ich mir halt eigentlich immer ein paar Ferienbilder, die ich euch zeigen wollte. Aber was ist kapazitive Verbindung? Das ist eine Technik, um Informationen durch Kapazitoren durchzubringen. Das heißt, wir haben Informationen, die irgendwo rein gekodiert ist. Sie wird verstärkt. Sie wird in ein biologisches Leitmedium, wie zum Beispiel in Menschen, geschickt. Wir haben also einfach diese Körperteile, die eine unterschiedliche Kapazität in dem Falle haben. Und dann kann man Informationen dort reinspeichern und wieder zurückbekommen. Das funktioniert mit Menschen. Das funktioniert offenbar auch mit Pflanzen. So, das Dynacon, diese Konferenz in Thailand. Ich wollte das mal ausprobieren. Ich wollte dieses Capazitive Coupling, diese Geräte, die ich mir da ausgedacht habe, mir mal anschauen. Und ja, das Experiment war es, mit Bäumen zu versuchen und wenn möglich, dann damit Informationen von einem Baum zum anderen zu schätzen. Und ja, diese Informationen im Grunde von einer Seite des Dschungels zur anderen Seite zu bekommen. Ja, wir wollten mal schauen, ob es überhaupt klappt. Also habe ich hier dieses Experiment gemacht. Ich habe einfach diese Kapazitiven bei Platten dort, ja, diese Bäume gepappt. Ihr seht an meinem Gesicht so richtig, hat das da noch nicht funktioniert. Habe mir das Osteoskop angeschaut. Ja, sehr, sehr niedrige Signale. Das war der zweite Versuch. Ich habe das also um, ja, diese Elektrode dort um diesen Baum gewickelt. Man sieht das am Signal. Ziemlich, ziemlich gutes Signal. Konnte ich also dekodieren. Ich konnte also Daten fünf bis sechs Meter von der Spitze des Baumes bis zum Boden übermitteln. So sieht die Zeichnung dafür aus. Der Sender ist im Grunde ein einfacher Schwingkreis, der also eine Trägerwelle von 300 Kilohertz übersetzt. Und dann wird das im Grunde mit Standard-Radio-Technologie oder Funk-Technologie verstärkt. So sieht das am Baum aus. Links ist der Sender mit dem Sensor. Und die Daten werden über den Baum übertragen und werden am anderen Teil auf der rechten Seite dort wieder aufgenommen. Und, ja, wird dann zu einem Computer gesendet, um das wieder auszulesen. Ja, was kann das tun? Also ich kann On-Off-Keying einfach machen. Das Zweite ist, ich wollte dieses Kostümierung TAN für Baume um Armer machen. Wie kriege ich Informationen von Bäumen? Das, ja, ich wollte schauen, ob das mit dem Menschenkörper zu verbinden ist und ob man die Daten aus dem menschlichen Körper wieder rausbekommt. Das ist also im Grunde, was wir gemacht haben. Ja, wir haben diese Informationen dekodiert, ohne wirklich zu verstehen, was es tut. Also der Wissenschaftler ließ dieses Signal von dem menschlichen Probanden, der diese Daten wiederum aus dem Baum rausholt. Tja, wenn ihr das mal selber probieren wollt, ist das alles auf GitHub und auf meiner Webseite. Ja, probiert es einfach mal aus, habt Spaß und vielen Dank. Nächster ist GNU Linux Improved. Der nächste Talk ist GNU Linux Improved. Ja, hallo, mein Name ist Cem. Ja, hallo, mein Name ist Cem, Hans. Und wie ihr vor zwei Talks gesehen habt, es ist sehr schwierig, die Security in iOS richtig hinzubekommen. In Linux ist das kein Problem, weil es die Features dort einfach gar nicht gibt. Und ich denke, das ist falsch, ein Betriebssystem im Jahr 2018, ein Betriebssystem sollte in der Lage sein, die Anwendung daran zu hindern, gegenseitig ihre Daten zu verändern. Im Moment ist die Situation in Unix so, dass alle Anwendungen mit denselben Rechten laufen. USB-Driver werden automatisch geladen. Jeder Prozess kann alle Daten aus dem User-Verzeichnis lesen. Und hier so ein kurzer Überblick, was es an Entwicklungen gab. Wir haben immer die Möglichkeit, Unix, POSIX-User zu erstellen. Wir haben Abarmor, wir haben SE-Linux, KVM, Namespaces, USB-Guard, Docker, XPRA. Und es gibt Linux-Distributionen wie Cube, OS oder die ja versuchen, die Sicherheit auch zu verbessern. Ich habe aber noch einige Fragen übrig. Zum Beispiel, erinnert ihr euch, dass es eine Vorgabe von Debian gibt, dass es eine Man-Page für jedes Unix-Kommando geben soll? Also, warum haben wir noch XDM, warum haben wir noch diese grafischen Display-Manager? Das macht keinen Sinn, grafische Display-Manager zu haben, wenn man nicht die Bildschirm-Auflösung ändern muss. Das ist der Fall mit Wayland zum Beispiel. Der Kernel läuft bereits mit einer festen Display-Auflösung. Das braucht man nicht nach dem Login zu machen. Warum muss ich mich mit GNU-PG-Key-Layouts beschäftigen? Warum muss ich Experte sein, um einen Key zu bekommen? Also, ich würde gerne einen neuen Anfang machen, indem wir ein kleines, funktionales Basis-System kreieren, das einfach bootet. Und so ähnlich wie die FreeBSDs, dann würden wir dann vielleicht ein App-Armor-Profil hinzufügen, ein Firewall-Profil, ein Paket-Manager. Und das könnte man auf GitLab dann verwalten, um Bugs zu tracken. Und ich würde das gerne mit euch diskutieren. Lasst uns um 23.30 Uhr in Raum M1 treffen. Ihr seht, ich habe ein paar Bugs in meinen Folien. Ich habe auch einen verbesserten Matrix-Kanal kreiert, Improved Matrix-Kanal kreiert. Da könnt ihr mich erreichen. Oder auch bei linuximproved.atfnautpool.de Oder ihr könnt mich auch im MetaLab Vienna treffen. Das war's, vielen Dank. So, der nächste ist Navigation in Linux-Kernel-Security-Areas. Hallo. Mein Name ist Alexander Popov. Ich bin ein Linux-Kernel-Developer und ein Sicherheitsforscher. Und ich möchte über die Navigation in der Linux-Kernel-Security-Area sprechen. Linux-Sicherheit ist ein ziemlich komplexes Gebiet aus verschiedenen Konzepten, die es da gibt. Es gibt verschiedene Verwundbarkeitsklassen, Exploitation-Techniken, wie Bugs gefunden werden. Und da gibt es noch einige Verteidigungslinien. Die sind im Mineline-Kernel. Manche sind im Trinon nicht drin. Einige von denen sind kommerziell. Und einige Verteidigungstechniken brauchen spezielle Hardware. Und all die haben sehr, sehr komplexe Beziehungen zueinander. Und es wäre wirklich, wirklich cool, wenn man davon einfach mal eine grafische Repräsentation hätte, um tatsächlich sich eher in der Navigation besser zurechtzufinden. Also habe ich so eine Karte erzeugt. Die gibt es in GitHub. Und die funktioniert so, dass diese Konzepte, die ich jetzt gerade gezeigt habe, und diese Verbindung aus diesen Knoten zeigen dann eine Beziehung zueinander. Diese Karte ist also über den Linux-Kernel, den Selbstschutz. Es ist nicht über die Attack-Surface von außen. Das ist die Karte hier. Ist ziemlich komplex. Also ich glaube, ihr könnt jetzt erstmal überhaupt gar nichts erkennen hier drinnen. Aber ich kann euch ein paar Teile davon zeigen. Also zum Beispiel sind hier diese Verwundbarkeitsklassen, Stack Overflow, uninitialisierte Variablen, Informationsleaks, die rausgehen. Und ja, ich habe das durchnummeriert, damit man es leichter findet. Und da sieht man dieses PAX Memory Stack League Technik, die also einen Schutz gegen einige dieser Attacken bietet. Und da ist auch dieses Stack League, ja, dieser Teil, den ich für den Mainline-Kernel vorbereitet habe. Es merkt sich dann in Kernel 4.20 kommt das rein. Und da ist auch ein Debug-Mechanismus drinnen, der schützt nicht bei einem Production-Kernel, der ist für das Debugging tatsächlich gebackt. Aber man kann diese Technologien kombinieren, einschalten und dann im Kernel schneller die Probleme finden. Ich hoffe, dass das für euch interessant ist. Und ich würde euch einladen, mit dem Kernel zu experimentieren, diese Informationen zu lesen, diese Quellen sich durchzugucken. Es gibt eine richtig schöne Liste von diesen Security-Features. Es gibt diese Linux-Kernel-Security-Dokumentationen für den Mainline-Kernel. Und das ist ein sehr, sehr schönes Dokument. Da geht es im Grunde um das Gesamtbild, wie der Linux-Kernel-Security funktioniert und aufgebaut ist. Und welche Aufgaben sind da drinnen? Welche Sachen müssen erreicht werden? Es gibt eine Liste von Empfehlungen für Kernel-Einstellungen aus dem Kernel-Self-Protection-Project. Wenn man die einschaltet, dann ist der Kernel auf jeden Fall sicherer als vorher. Und da ist auch noch so eine Abwehr-Checkliste, die den aktuellen Fortschritt anzeigt in den Security-Features, die in den Mainline-Kernel-Reinmasse kommen sollen. Und verwandte Open-Source-Projekte. Ja, und es ist wirklich wichtig, es macht nicht so riesigen Spaß, diesen Config-File zu suchen nach diesen Optionen, die dieses Hardening machen, die diese höhere Sicherheit bieten. Und deswegen sollte der Computer den Job machen. Und ich habe ein Skript gemacht, was einfach das Config-File von dem Kernel durchcheckt und nach den entsprechenden Empfehlungen sichtet. und man kann es einfach durchlaufen lassen mit seinem Config-File und kann sich die Empfehlung angucken. Und dann geht man auf die Karte, die ich da gemacht habe und sieht halt, wo in diesem Dokument man ein Netz nachlesen müsste, wenn man für dieses Feature etwas wissen möchte. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und nach dem Talk könnt ihr direkt mit mir sprechen. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Und als Linkskönigal-Developer mag ich Plaintext-E-Mails und das Wichtigste, genießt den Kongress. Ja, und als nächstes Pass the Cookie and Pivot to the Cloud. Also gib den Keks weiter und bewegt dich in die Cloud. Hallo, everybody. Mein Name ist Johann. Ich bin Pentester und Sicherheitsingenieur und ich möchte über Pass the Cookie sprechen. Das ist eine Technik, die wir schon lange benutzt haben. Ich möchte die mal hier teilen. Die ist nicht wirklich neu, aber ich denke, wir sollten darüber sprechen, um Infrastruktur besser zu schützen. Was sind Cookies? Da denke ich, glaube ich, nicht großartig drüber sprechen. Jeder weiß, was ein Cookie ist. Die werden für Sicherheit benutzt, um eine Session zwischen einem Client und einem Webserver einzurichten. Das ist üblicherweise ein Schlüssel, der das gesamte Königreich aufsperrt. Also du musst nur den einen Cookie klauen, um zu allem Zugriff zu kriegen. Es gab einen Angriff, der hieß Fire Sheep. Der war wirklich toll. Und das hat dazu geführt, dass wir SSL weiter sehr viel mehr benutzt haben. Das ist wirklich sehr gut. Und andere Dinge, die ihr eventuell auch benutzen könnt, um an diese Cookies zu kommen. Das ist möglicherweise nur ein einzelner Schlüssel. Wer von euch benutzt AWS oder Microsoft Azure? Ein Cookie ist der Zugriff auf euer gesamtes virtuelles Datencenter. Der Cookie ist der Schlüssel zu diesem gesamten Gebäude. Oder wenn man Kryptowährungen hat oder Facebook, dann ist der Cookie das Token, mit dem man als Angreifer da reinkommt. Also was ist jetzt Pass the Cookie? Was ist dieser Angriff? Das ist ganz ähnlich wie Pass the Hash. Das ist ein ganz ähnliches Konzept. Ihr habt dieses Token, ihr gebt es weiter und bewegt euch dadurch die Umgebung. Und ein Angreifer kann wertvolle Dinge stehlen, wo es möglicherweise sehr mächtige Cookies gibt. Ich habe das viele, viele Male benutzt, um das Ziel der Mission zu erreichen. Und wie komme ich jetzt an einen Cookie? Pass the Cookie, da geht es quasi schon nachdem man einen Exploit schon durchgeführt hat. Also der Rechner ist schon kompromittiert. Und der Angreifer geht dann von diesem Ding aus durch die Umgebung und kompromiert dann zum Beispiel den Domain Controller und hat dann volle Möglichkeiten innerhalb der Firma, aber ist noch nicht weitergegangen in die Cloud. Das heißt, er kann jetzt hingehen und jetzt ein Administrator, der den AWS-Account administriert und sich den Cookie klauen und kann dann den Cookie weitergeben und damit dann weitergehen zur Infrastruktur in der Cloud. Und eine der Sachen ist einfach Process Stump. Das ist ein ganz einfaches Tool, aber Cookies werden eben nicht nur im Browser-Prozess oder auf der Festplatte gespeichert, sondern auch in anderen Programmen. Also könnte man Process Stump benutzen, um alle Cookies von dem ganzen Rechner zu finden. Und wie hat man das früher gemacht? Naja, früher hat man irgendwelche Extensions installiert und jetzt ist es viel einfacher. Man nutzt die Entwicklerkonsole und setzt den Cookie oder Chrome zum Beispiel hat auch eine sehr hübsche Oberfläche, um den Cookie zu setzen. Ich möchte auf Cookie Crimes noch hinweisen, da wir arbeiten aktuell an einem Ort, wo wir sehr viele Mac-Rechner haben und da habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, das mit einem Mac zu machen und das gibt Cookie Crimes, der benutzt Chrome ohne Benutzeroberfläche, um die Cookies zu klauen. Hier ist ein Beispiel, wie man GitHub kompromittieren kann. Ihr geht zur Webseite von GitHub, Neuladen, ihr habt keinen Cookie gesetzt, ihr seid nicht autorisiert. Es gibt einen einzelnen Cookie, der heißt User Session, ihr wirft den da rein und jetzt seid ihr eingeloggt. Und jetzt machen wir das mal in der Cloud. Das ist das, was ich hier quasi nochmal besonders darauf hinweisen möchte. Die Organisation hat möglicherweise, hier in der Google Cloud zum Beispiel, einer der drei großen Cloud-Infrastruktur-Anbieter und ein Angreifer hat möglicherweise den Administrator kompromittiert, klaut so einen Cookie und geht dann weiter auf die Cloud-Infrastruktur. Das ist quasi so ein Drei-Schritt-Prozess. Und bei meiner Arbeit habe ich also hier dieses kleine Cheat-Sheet mir zusammengebastelt, damit ihr quasi wisst, was für Cookies euch interessiert. Je nachdem, für was für einen Kunden ihr arbeitet. Ihr müsst also, stellt sicher, dass ihr das dürft, also dass ihr explizit euch die Erlaubnis geholt habt. Hier sind ein paar interessante Cookies, die ihr klauen könnt oder einen Angreifer klauen könnte, um da zuzugreifen. Also wie können wir das erkennen? Ein paar Dinge, also wir können zum Beispiel Process-Stumps beobachten oder danach suchen, nach unüblichen Aktivitäten auf Webseiten suchen. Und ich will hier noch schneller drüber gehen und über Schutzmaßnahmen sprechen. Cookies auf der Maschine häufig löschen ist total hilfreich. Session-Cookies löschen. Also wenn ihr nicht der einzige Administrator auf eurer Maschine seid, wenn es nicht eure Maschine ist, alles, das auf der Maschine ist, gehört es allen anderen Administratoren auf derselben Maschine. Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade wenn ihr in einer Firma arbeitet, benutzt euren Firmenlaptop nicht, um, ja, also herzlichen Dank. Vielen Dank. Der nächste Vortrag ist Krieg gegen die Drogen oder Drogenkrieg. Hallo. Hallo. Der volle Titel des Talks ist Krieg gegen die Drogen, 50 Jahre Fake News und Propaganda rückgängig machen. Ihr könnt für euch selbst entscheiden, was ihr machen wollt, was euer Grundsatz an Glaubenssätzen ist. Und meine persönliche Meinung ist Freiheit, Wahlfreiheit und Bildung. 50 Jahre Forschung zeigen, dass Zucker und Fett die schädlichen Stoffe sind. Es wurde lange gesagt, dass Fett der Feind ist. Das ist aber nicht wahr, denn es wurde gezeigt, dass Fett ein wichtiger Bestandteil der Nahrung ist. Hier ist eine Zigarettenbewerbung. der Marlboro-Mann, der für Zigarettenwerbung gemacht hat, starb an Lungenkrebs. Und das ist eines der bekanntesten und wichtigsten Zitate während der Nixen-Kampagne. Nämlich man konnte es nicht verbieten, gegen Krieg zu sein. Also wurden Drogen verboten. Das Drogenverbot ist eine direkte Konsequenz des Vietnamkrieges. Da sie Friedensaktivisten nicht anders habhaft werden konnten, fanden sie diesen Weg, um sie ins Gefängnis zu bringen. durch private Gefängnisse ist die Motivation so, dass der Antreiz so ist, dass die Gefängnisse... Also das private Gefängnissystem bietet eben Anreize, dass das System so bleibt. Wir müssen jetzt einfach dem Geld folgen. In einer Situation, wo die Richter bestochen werden, das dazu führt, dass Kinder im Gefängnis landen, da haben wir jetzt kleine Änderungen an den Gesetzen aufgrund des Internets. Das Internet erlaubt uns, frei zu kommunizieren. Das ist die Legalisierungskarte von Cannabis in den Vereinigten Staaten. In vielen Staaten ist Cannabis legal oder legal für medizinische Gründe. Und die Wahrnehmung von Menschen ändert sich auch. In Großbritannien gibt es medizinische Nutzung von Cannabis seit dem 1. November. In Mexiko ändert sich's auch. In Südafrika ändert sich's. Es ändert sich im Wesentlichen. Also es wird im Wesentlichen legal. Und das ist nur Cannabis. Und jetzt geht's hier um das Geschäftsmodell von Pharmafirmen. Die kriegen Geld, wenn ihr süchtig werdet nach deren legalen Drogen. Und sie haben keine Anreize, Drogen zu benutzen, die Menschen tatsächlich helfen. Hier geht es Ketamin gegen Drogen, gegen PTSD, Psilocybin für Leute, die tödliche Krankheiten haben, die wissen, dass sie sterben werden. Aber diese psychedelischen Drogen wie Psilocybin, dass die Leute sich mit dem Tod abfinden können. Ich sterbe, aber gut, meine Seele wird vielleicht überleben. Und das reduziert Angst. Und wir wissen schon, dass diese Droge effektiv ist. Und jetzt testen wir, was für eine Art von Musik da hilfreich ist. Also diese Playlist ist total super. Die empfehle ich euch sehr. Bücher über DMT. Und das ist eine Metapher. Wir haben das Teleskop, um in die Sterne zu schauen. Wir haben das Mikroskop um eine sehr, sehr kleine Objekte anzuschauen. Aber wir suchen immer noch nach dem Mikroskop für das Gehirn. Also hier ist ein Beispiel von einem Hirnforscher, das Hirn zu scannen, Verbindungen im Kopf, das Wiki, wo es selbst Medikationen angeboten wird, psychedelische Rückzugsorte. Und wenn ihr euch weiter verbinden wollt, psychedelic.community, da könnt ihr euch mit Leuten treffen, die ähnliche Meinungen haben. macht immer eure eigene Forschung. Herzlichen Dank. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Ja, jetzt der nächste Vortrag ist eher kein Vortrag, sondern ein Experiment. Das ist eine der seltenen Gelegenheiten, wo wir unsere Hardware an jemand anders geben. Das ist das letzte Event in dieser Session. Also wenn euch irgendwas hier nicht so richtig gefällt, dann könnt ihr einfach gehen. Ich weiß nicht, ich gehe einfach mal weg und lasse sie mal so ihre Sachen machen. Ich gehe einfach mal weg. Ich gehe einfach mal weg. Ah! Ah! Woo! Ah! 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 Hey! Ah! 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 Woo! 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 Yeah! Ja! Ich glaube, wir hören mal auf, ne? Alright, thanks. Gut, vielen Dank. Also, ja, großen Applaus nochmal. Ja, so, das ist die Ende der Lightning Talk Session. Danke, dass ihr da wart. Danke an alle Vortragenden, die teilgenommen haben. Und nochmal ein großer Rund Applaus für alle. Ja, und damit verabschieden wir uns aus der Übersetzungskabine. Wir waren FL Berger, Karim und Tribut. Lieben Dank zum Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, dann meldet euch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.